Hallo Film-Fraggots und schön, dass ihr wieder mit dabei seid beim Filmradio. Schauspieler, die sich selbst spielen und dann auch noch einiges improvisieren und es ist eine Komödie, die Backstreet Boys treten auf und jede Menge Cameo-Auftritte. So hatten sie mich, denn so läuft das bei Das ist das Ende ab. Das Filmradio mit Dante. In der US-Komödie aus dem Jahr 2013 besucht der kanadische Schauspieler J.B. Ruchel seinen Kumpel Seth Rogen, um einfach eine gute Zeit mit ihm zu haben. Rogen überredet ihn dann aber mit zu einer Party von James Franco zu kommen und da nimmt das Unheil dann seinen Lauf, denn auf der Party werden Drogen genommen, als wenn es keinen Morgen mehr gäbe. Aber das scheint okay zu sein, denn einen Morgen wird es wohl auch nicht mehr geben, denn die Apokalypse bahnt sich an. Wow. Also wirklich wow. So einen Film habe ich nicht erwartet. Was hier abläuft, ist wirklich höchst skurril und trifft genau meinen Humor. Das liegt vor allem daran, dass sich die Schauspieler hier selbst spielen und ich mir denke, wow, Michael Cera beleidigt, zugeguckt, Jason Seagal und der lässt sich das gefallen. Wirklich herrlich. Dann gibt es zwar auch wieder Fäkalhumor, der fällt allerdings kaum auf, denn er wird sehr pointiert eingesetzt und sogar manchmal kommentarlos und das ist halt doch Welten von Adam Sandler oder Kevin James entfernt. Die Chemie der Schauspieler untereinander ist auch großartig. Viele Szenen sind sogar improvisiert und wirken dadurch echt fantastisch. Eigentlich ist der Film nämlich ziemlich bedeutungslos, aber die Chemie der Schauspieler ist echt geil. Dazu noch die vielen Cameo-Auftritte wie von Rihanna und vor allem der von Channing Tatum. Um Gottes Willen, das ist echt der Wahnsinn, was da los ist. Rogan, Jonah Hill, Franco und Konsorten wollen ja anscheinend schon länger einen Film machen, in dem sie sich selbst spielen und etwas Außergewöhnliches passiert und wenn das ihr Ziel war, dann hat der Film wirklich alles richtig gemacht. Ich finde den Film total klasse, kann ihn aber nicht dagegen verteidigen, dass die CGI-Effekte vielleicht sogar gewollt unter aller Kanone sind und die Story natürlich einfach nur hinkt und doch total, ja, schwach ist. Also wer sich darauf einlässt und auf den Humor steht, wird hier die Zeit seines Lebens haben. Ich hatte sie auf jeden Fall. Das ist das Ende, dauert 107 Minuten und ist auf IMDb mit 6,8 bewertet. Wie gesagt, ich fand den total klasse, aber ich kann ihn einfach nicht verteidigen. Ich gehe noch etwas tiefer und vergebe 66 Punkte. Habt ihr den Film gesehen und war es eure Komödie des Jahres? Meine wohl schon? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Naja, wir hören uns auf jeden Fall beim nächsten Video wieder und bis dahin sage ich...